Musik Am frühen Morgen werden wir im Okawango-Delta von dem grellen Licht der aufgehenden Sonne geweckt Über das Okawango-Delta weht ein warmer Wind die Vögel zwitschern und wir erleben die Friedlichkeit der Natur Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Im Ocovango-Delta ist die Temperatur über 40 Grad im Schatten angestiegen. Viele Tiere haben sich ein schattiges Plätzchen gesucht und dösen vor sich hin. Da wir für sie keine Gefahr darstellen, kommen wir manchmal sehr nah an sie heran. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind bis jetzt kreuz und quer durch das Okavango-Delta gefahren und stellen fest, dass wir den Überblick verloren haben. Nachdem wir unseren Standort ermittelt haben, setzen wir unsere Fahrt fort. Musik 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 Dieser Madenhacker beherrscht ein Handwerk perfekt. Es ist eine Dienstleistung vom Feinsten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020